So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Commander Conquer 3 Äh Quatsch, Alam Schufus 3 Äh, ich verwechsel das immer mit dem Tiberiumsteil Naja, auf jeden Fall geht das hier weiter Und wir sind jetzt in der letzten Mission Die alliierten Kampagne Leningrad, Mond über St. Petersburg Und die Mission, die werde ich sowieso nicht mögen Aber das wird ihr noch sehen Erstmal viel Spaß zu diesen Cutschen hier Wir haben die Brüder eiskalt erwischt, Commander Die werden sich fragen, was passiert ist Wie es aussieht, ist alles, was Zelinski gesagt hat, war Das zu glauben fällt selbst nie schwer Die Russen sind für alles verantwortlich, was in diesem Krieg passiert ist Und nun geht es nur noch um eins Und zwar um die vollständige Zerschlagung der Sowjetunion Tschadenku und Korkov haben all ihre Streitkräfte an einem Ort zusammengezogen, der als uneinnehmbar gilt Die Peter- und Paul-Festung in Leningrad Machen Sie ein Ende, Commander Sie müssen büßen für Ihre Lügen und Ihren Verrat Auf jeden Fall Die Sowjets bereiten in Leningrad ihr letztes Gefecht vor Sie werden ihnen alles entgegenwerfen, was sie haben Sie nutzen die Kanäle, um die Festung zu sichern Deshalb müssen sie auf Marineeinheiten gefasst sein Zerstören Sie den Rest der sowjetischen Kriegsmaschinerie, Commander Ich weiß, Sie schaffen das Und wenn alles vorbei ist Lade ich Sie in meine Wohnung ein Auf ein kleines Siegesdinner Oh, wie nett Da können wir ja nicht Nein sagen, ne? Wir haben beschlossen, die sowjetische Führung zur Rechenschaft zu ziehen Die Mobilmachung läuft In Kürze werden unsere Truppen vor Leningrad stehen Unsere Taktik ist allerdings riskant Wir schrumpfen unsere MBFs, um tief in das sowjetische Kernland vorzustoßen Und den Feind zu überraschen Rechnen Sie mit heftigem Widerstand Ihre Befehle lauten wie folgt Sichern Sie mit Hilfe unserer Chronosphären-Technologie Eine Landezone für unsere Truppen Brechen Sie im Zielgebiet den sowjetischen Widerstand Verhindern Sie, dass der sowjetische Premier entkommt Zerstören Sie seine Festung Okay, dann wissen wir ja Bescheid Oh Mann ey, die Mission würde ich mögen Wir verkleinern ein paar MBFs, um sie durch die sowjetischen Linien zu schleusen Sie müssen einen Stützpunkt in ihrem Hinterland errichten Dann können wir über die Chronosphäre Truppen heranziehen Danke für Ihre Geduld, Sir Vollkraft voraus Viel Glück, Commander Und lassen Sie sich nicht überrollen Neues Einsatzziel erhalten Roger Wie Sie wünschen Wow, wir dürfen nicht überrollt werden Sind Sie dabei? Jawohl, Vollkraft voraus Sind Sie dabei? Sind unterwegs Roger So, da hätten wir geschockt, ne? Wie Sie wünschen Sind Sie dabei? Wäre voll geil Wenn die klein sind Können die zwar quetscht werden, aber die werden nicht richtig getroffen Hallöchen Wow Alles klar Die sind so geil Das ist unsere Chance Ich feiere halt die Dinger Die haben Sie voll drauf, ne? Nein Womit ist alles so schnell hier? Wow Oh, das war knapp Nein Das sind nur noch welche Serviertgebäuden Sie dürfen uns nicht sehen Ja, Spanzer Haben Sie sich ihm bereit? Wie G'n unterwegs Derzeit zu handeln Derzeit zu handeln Um holen sie uns Spektralkanale Feuer Komm schon Ey, da ist nur einer What? Jetzt haben wir nur zwei Nur einfach mal so zerquetscht So, da hätten wir jetzt aufgeräumt Hier Kommandant, Sie ruinierten meine Ehrenparade Dafür mache ich mit allem, was ich habe, Hetzjagd auf Sie Aber ich werde Ihnen die Genugtuung nicht gönnen, mich zu fassen Ich werde an den einzigen Ort fliehen, der noch nicht korrumpiert wurde von Kapitalismus In den Weltraum Oh mein Gott Oh mein Gott, der ist ja wahnsinnig Der Premier versucht zu fliehen Er hat sich einfach in der Festung im Zentrum dieser Kanäle verschanzt Lassen Sie ihn keinesfalls flüchten Hier sind Credits Heben Sie eine Armee aus und verhindern Sie den Start seines Shuttles Neues Einsatzziel erhalten Okay Wird gebaut Feindliche Einheiten entdeckt Bau abgeschlossen Neue Bauoption Wird gebaut Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Halt, 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 Halt. Ich kümmere mich jetzt um die westlichen eisernen Vorhänge Okay, mach das mal, dass die so viele eisernen Vorhänge haben, das wundert mich Das wundert mich Ich halte sowieso an meine Mira Spanzer, das ist klar Weil sie sowieso einer der besten überhaupt, die man hier haben kann Dafür brauchen wir aber natürlich noch mehr dieses Freigabe Hoffentlich kriegt er das hin, unser Kollege Hoffentlich schafft er das Also wenn ich das geschafft habe hier eigentlich, dann werde ich noch weiter nach Terra und sowas spielen Und dann immer den nächsten Mal Oblivion aufnehmen Oblivion Ich würde sagen immer Oblivion Ausgesprochen soll das ja eigentlich genauso wie Bethesda 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 Und er hört sich voll komisch an Und Die erste Mal Oblivion Oblivion Ich habe auch immer Oblivion gesagt Oblivion Hey Leute, herzlich willkommen zu Weaverscrow Oblivion Oh Mann Ich glaube, das Projekt wird auch noch voll fett So Vielleicht sollten wir sie einfach entkommen lassen Was bringt das uns? Okay, wir haben eine Ruhe von denen, aber trotzdem Ja, das stimmt, der haut echt rein Ich weiß nicht, ey Das dauert ja auch, bis es eingesetzt ist Präzisionsangriff bereit Ziel wählen, Bau abgeschlossen Eine Einheit wird angegriffen Ah, ich vergesse auch noch, dass da unten eine Ölraffinerie ist Sieht auf jeden Fall voll heftig aus, wie die das so geschützt haben Bäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää irgendwelche ingenieure so wo ich gleich auch noch welche Multigunner weil ja so viele Lufteinheiten wir ja auch nicht irgendwie hier ich beeile mich irgendwelche Überraschung haben mit irgendwelchen Lufteinheiten hier aber ich glaube die kriegen wir ganz gut sauber, nur das hier ist ein bisschen nervig weil hier alle so geboren sind das müssen wir mal ein bisschen blöd freizukriegen ich lasse mir noch ein Mirage noch bauen so Mirage bin es ja ich speichere jetzt mal kurz ab hier ist ja auch immer so wichtig ne abspeichern und so ganz besonders hier sonst müsste man alles wieder vor vorne spielen das wäre auch ein bisschen ärgerlich das wäre schon ärgerlich bei so einem Spiel wenn man da schon nicht gleich irgendwie ne ganze Mission da und so das ist aber ey man wie geht's Alter der baut ja auch viele Einheiten muss man sagen Och maaaann übertreff doch nicht gleich beim Bauen Alter die schießen hier auch schnell Alter wie der wegputzt die Mirage Panzer Ey das sind die heftigsten Panzer überhaupt ey Au revoir Feuer frei der Mission ist nicht unterwegs ohne Version Wer sind beschädigt attacke ich meine Rücken unterwegs der Mission ist nicht unterwegs und bereit sie auf jetzt jetzt attacke CP fangal Die zerstörten sowjetischen Stützpunkte können als Ausgangsbaden genutzt werden. Ein heiserner Vorhang wurde zerstört. Das ist hohe Chance. Wir machen die richtig platt, ne? Bin unterwegs. Nein! Och Mann! Das ist immer so der, was explodieren müssen. Ich bin ganz hoher. Sofort erwarten Befehle. Bam. So. Schluss hier. Alter, alles Elite hier.